Hallo und willkommen zurück mit immer noch wunderschöner Musik. Irgendwie so italienisches Volksfest, muss ich irgendwie dran denken. Und wunderschöne Häschen. Ja, die sieht man leider nicht bei mir, aber bei Keksi, denn die hat auch einen Kanal. Muss man ja natürlich auch mal sagen, nicht dass Leute das nicht wissen. Obwohl es ja unten verlinkt ist. Hier stöhnt die ganze Zeit irgendwas rum. Ja, das ist der Tom wieder, dieser Kleine. So. Oh. Finde das groß genug? Jetzt hab ich nur so eine X gebaut. Ja. Da muss ich mal wieder reinsetzen. Das hat keiner gesehen. Ja, und du. Wut, 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 wut. Wenn keiner gesehen hat, muss er erzählen, was er macht hat. Ich habe Gitter falsch gesetzt. Das. Gitter. 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 Gitter sagt's. Oh Gott, nein. Also vier haben wir schon mal. Ach, das verbindet sich gar nicht. Was ist das denn? Schauen und Maurer sind unverbindbar. Komm mal, der will. Tadam. Oh mein Gott. Unverbindbar. Du musst mal ein bisschen Bindemittel. Was ist bei dir kaputt gegangen ist. Was ist bei dir kaputt? Weiß nicht, es klang halt irgendwie so, als ob irgendwas so runterrieselt wie Putz oder so. Alles baufällig. Ich hätt' alles auseinander. Gut. Im Let's Play. Jetzt holen wir uns noch ein braunes Häschen. Ich hätt' auch gern so ein bäisches. Es folgt mir ein Schwein. Schlammeln mal ruhig alle Leiden, da was wir finden. Schweinchen, du bist irgendwie verha... Na, egal. Du bist nicht falsch. Komm mit. Das Schwein, meinst du? Ja. Schweinchen sind bei uns auch gekommen. Die haben aber nur noch keine Wiese. Dann tun wir halt so als besser ein Nährschwein. Oh. Identitätskrise. Ja. Ich hätt' das einfach zugelassen, Frau mit einem Kaninchen. So. Oh, hängst du am Zaun fest, die ist hier? Nee, doch nicht. Jetzt haben wir fünf Phasen gespreisert. Okay, an die Fassade muss ich noch irgendwas machen. Hahaha. Schick. Das sieht jetzt so aufgeschnitten aus. Das sieht jetzt so aufgeschnitten aus. Oh, moin. Was klingt der fest? Warte, ich freu ihn. Phasenrettung. Du? Was? Das ist kein Grund. Hahaha. Hier, Möhrchen, guck. Ich muss ja noch so ein Beiges finden. Ohne Witz, ich finde es richtig schön. Ja, nicht alle auf einmal, Freundin. Genau, der würde Baum hier im Weg. Sieht halt eigentlich hübsch aus hier, mitten drin. No. Und hier kaum mehr. Bei Schönheit haben wir nicht die Weiche, weil hier Funktionen. Genau. So, wie bringe ich euch denn jetzt dazu, hier zu bleiben? Guten Tag. Such. Hahaha. Soll ich dir helfen? Mit dem Weg? So. Und das ist doch hier noch. Nur ein Stück. Okay. Soll der hier noch weitergehen? Mit der Hoffnung, dass ihr alle hier bleibt. Nee. So. 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 Du hast gesagt, da muss ich's nicht mehr suchen. Aber ich hab nichts dabei, um's zu locken. Das ist doch fast nicht ein bisschen grappig. Wie willst du mir da helfen? Mann. Indem ich suche und finde. Da ist ein Graues. Ja. Ich hab beige gesagt. Grau hast du schon. Grau hab ich joe Grünes. Huh. Ne. Es gibt etwas Grünes. Nee. Das war nur Weiß und saß im Schatten. Opfer Grünes. Ich wollte dir grad sagen. Ich dachte, da hab noch nie ein Graues gesehen. Hier ist ein Braunes. Ja, beige. Äh, be- Ja, was ist denn beige bei dir? Hellbraun. Farbenlehre. Es hat ungefähr die- Also beige ist nicht braun. Ja, ich weiß. Ich verliere meinen Kopfhörer. Geil, geil. So. Beige wie unten die, äh, Inventarleiste. So ungefähr wie Sand. Das ist aber nicht doch kein beige, die Inventarleiste. Gut, dann habe ich kein beige ist Häschen gefunden. In welchem Leben ist das denn beige? Der Sand ist auch nicht beige. Der ist gelb. Der ist nicht gelb. Die Blumen sind gelb. Das ist so typisch, ähm, oh, wo waren das hier bei Mario Party? Das ist typisch, man typisch Frauen beim Renovieren, weißt du? Die möchten irgendwie so eine Farbe, ein Marokal, ein Chapeau, sonst was. Ja, oder grün, gelb. Ja, genau. So kommt mir das gerade vor. Obwohl, mit Farben kenne ich auch nicht doll aus, aber beige ist beige. Du meinst also, du meinst also kein Kaninchen, wie wir es als, ähm, Serverlogo haben. Nee, das ist braun. Das ist braun, ja. Du hast das Serverlogo verraten. Hahaha. 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 Obwohl, ich glaube, das hat man schon mal gesehen, weil ich mal rausgeflogen bin. Irgendwann. Äh. Verlaufen. Wo komm ich denn? Folge den Hasen. Sag mal von wo kommst du denn hier? Ah, ich kann sagen, das ist ja. Ich stehe auch nicht hoch genug, um dich zu sehen. Ups. Ich seh dich auch nicht. Ich bin in der Nähe von so einem Linksberg, so einem Schneeberg. Ähm. Bist du eher rechts gelaufen oder eher links? Versuch eigentlich immer gerade auszulaufen, dann lass ich mich von irgendwas ablenken und verliere die Orientierung. Ich glaube, du bist rechts gelaufen, also wenn du zurückgehst, musst du wieder entgegengesetzt zum Wald links laufen. Entgegengesetzt, senke mir einfach mal deine, 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 deine Koordinationen. Okay, ähm. Was war das nochmal? F2 oder F3? F3. Ähm. Welche brauchst du nochmal? X und Z, ne? 1726 und 912. Okay, dann gehe ich in die richtige Richtung gerade. Aber ich bin ja nicht so eine Sch... Oh, dann, warum steht denn da hinten noch so ein Stift mit Fackeln? Oder sieht das nur so aus, dass ich bergte? Ich glaube, ich bin nicht mehr in die richtige Richtung. Muss ich hier rüber? Nein. Ich habe dir einen Stift gebaut und ich stehe drauf. Ehe, so weit. Ich bin nie immer so weit. Ach, hier muss ich gar nicht. Jetzt, jetzt habe ich es verstanden. Okay, ich habe wieder ab. Ich stehe das hier genau. Nein, ich bin nicht vor Sonnenuntergang zu Hause gewesen. Waaat? Also ich bin übrigens, ich bin übrigens bei 1800. Bei ich. Da hinten ist auch noch so ein Stift. Oder war das der, den ich eben meinte? Nee, das war der, den ich meinte. Okay. Ich seh dich nicht. Ich bin auch gerade unter Bäumen. Ich weiß, aber dann könntest du dich ja trotzdem irgendwo sehen. Aber Ton liegt auf könnte. Da stehen zwei Endermänner bei den Kaninchen. Ja, ich weiß auf jeden Fall schon mal, wo ich bin. Oh, oh, Explosion, Explosion, Fick, Fick, Fick. Das ist halt die Action bei Keksi. Wie hieß das? Äh, Alarm für Cobra 11. Alter Arsch. Ich bin übrigens gleich wieder zu Hause, ne? Nur weil, weil ich bin zu Hause. Toll, mein Stift war völlig umsonst. Aber die Koordinaten haben mich geholfen. Das stimmt. Oh, diesen Endermänner, ich geh mal weg. Ah, die hast du auch gesehen, ne? Die zwei? Ja, die stehen hier. Wollen wir die bekämpfen? Äh, ich muss erstmal was essen. Okay. Okay. Bekennung sie zu ihm, keine normale Kopie. Ah, ah. Auf sie mit Gebrügel. Ganz so, ich bin nicht fertig. Ja, auch das der Zweite. Das man Zombie. Du hast der andere. Gut, beide tot. Beide? Okay. Juhu. Ah, ich sehe schon, du hast so einen Kaninchen auch schon. Aber da hinten laufen sie gerade raus, ne? Das weißt du. ja das kommt aber auch nichts ins Betrolt das ist eine Hexe ich glaube die Beige, oh Gott dann will ich da nicht lang, ich glaube nämlich die Beige gab es in diese Richtung, da hinten müssen wir morgen mal da lang gehen morgen wir trotz in der Nacht und rennen einfach also ich guck sie mir nicht ich geh ins Bauernhaus ich will mal gucken wie die hier leben die leben noch gar nicht, die haben noch gar nichts und so eine halbe Küche von Ikea so sieht es aus, ich glaube ich nicht so grün und blau die Kuckuck zum Fenster rein du bist, bist du beige? ich sehe es gerade nicht hey ich war raus du bist ein beiges Häschen, du kommst mit ne, warte, wir kommen ans Feuer ja, du bist beige pass auf hinter diesen Zombie, Steffi boah tot oh ich muss mal kurz was essen, ich esse dir, jetzt habe ich dir eine Karte gegeben egal, du liebst mich jetzt da kommt, ah Zombie, Hilfe, oh mein Gott, ich bin nicht erschrocken scheiße ah das kann ich nicht über dir angreifen nein, 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 nein oh oh ja, oh oh weg vom Zaun komm, hierher hey, Hasi ich kann nicht mehr rennen, ich kann nicht mehr rennen die verfolgen dich gerade alle oh Gott, ich bin gleich tot den Creeper habe ich und das lag gerade irgendwie wieder sehr, ich weiß nicht wieso schießt mich nicht in irgendwie ist heute was nicht richtig mit Minecraft und meinem Laptop, ich weiß nicht zumindest mit Internet und so, weißt du da kommen wir ruhig hinterher ordentlich Thema beendet ihr lag ein bisschen rum, die Monster laggen rum oh Feile oh, ey, ich brauch die doch oh, Dingsbums, schwarz, wohl war, dass ich nicht dabei kann kann ich ja aufsammeln so, darf ich jetzt weiter meinen Hobby als, äh Landwirt wie heißt das? Landwirt nachgehen der hat mir meine Felder kaputt gemacht ja, er ist ja schon tot oder ich war es in der Action in den Luft gesprungen kann ich mir auch zutrauen äh, kann ich dir zutrauen, mein ich so wie so eine Unterstellung hier oh, und Keks hat wieder nachher nach Hause gefunden ja, natürlich, ich hab sogar zwei Haare das ist ein beiges Kaninchen, ahhhh das ist beiges komm mit ich wusste gar nicht, dass es so welche gibt, deshalb hab ich nach Braunen gesucht doch, ich bin richtig schön ich bin richtig schön ich bin richtig schön hallo, ich nur mich nicht ich schieb's einfach na musst du nicht, du musst weggehen, weil dann finkst du das nicht auf dich ach so, Entschuldigung so, nee, jetzt guckst du wieder mit komm mit komm mit ja, kommt das Schwein wieder mit alle, alle kommen wieder mit komm mit mir ha 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 weil die Ecke oh, wie sie um dich rumhüpfen soo gut gemacht, ich guckst es mal wo ist jetzt der Schwarze? der Schwarze sitzt da vor der Haustür oh, süß jetzt ist er weggehüpft oh, da ist ein Creeper das sind zwei Creeper direkt vom Bauernhaus ne oh, das ist nicht so schön irgendwie gute Nachrichten das wird vergrößert ich krieg aber ein Wow dazu Hilfe oh, siehst du mich Creeper tot ihr beide müssen mal Babys machen macht mal bitte Babys oh, das wäre so süß gewesen nein, 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 nein nein, 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 nein nein, nein, nein nein, nein, nein es ist Puri oh, was ist denn hier los? da kommt einer mit Schwert Puri, das ist immer herrschig, oder? Einer von euch muss sich mal mein Video angucken und mir sagen, warum das so rumlaggt oh, wie sollt ihr ein braunes Baby gemacht? seid ihr doof, oder war? ey, du Rassisten wenn ich jetzt Tab drücke hab ich jetzt wieder voll die schlechte Verbindung warum? ich bin im Laden drin das hab ich sonst immer nur beim WLAN ich verstehs manchmal nicht auch ein Schwein und ein Ha- ne, i hey ey, lauf nie weg komm her ein Schweinschmase ein Schweinschmase ein Schweinschmase äh, bei wie vielen Minuten sind wir eigentlich? drei zehn oh, meine magische Zahl ja, aber gleich 14 oh, wie die alle hinterher laufen vier Quadratmeter herzlichen Sekunden jääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää nun glückliche haben doch die Kumpel und mich wieder an Ihr kriegt sogar Licht hier, oder? Voll das Luxus-Anwiesen, ey. Hüp! Bring ihm Tricks bei, Keksi. Hüp, hier. Er werft die Karotte in die Luft, gleich hüpft er dann. Mach doch mal das mit dem Nicken. Ja, ich hab's grad versucht, aber er ist weggehüpft dann. Ah, nein. Steffi, kann ich dir echt nicht helfen? Nö, ich hab... Ich hebe hier einen Graben für Wasser aus, also ich weiß nicht, was du mir erheben sollst. Willst du das gleiche vielleicht noch mal irgendwo nebenan machen? Dann kann ich dir nämlich helfen. Eigentlich nicht. Oh Gott, ich will das. Eigentlich nicht, nicht. Das ist jetzt hier nur das Charottenfeld für glückliche Häschen. Und dann, jo, war's das. Hüpft mir hinterher. Ach, ist das schön. Aber sind die noch da, wenn wir ausloggen? Bestimmt nicht. Doch. Ja? Das sind ja auch da, und die Kühe da vorne. Genau, und unser schwarzes Kaninchen war auch ne Zeitlang da. Und irgendwann war's aus irgendeinem Grund weg. Ja, vielleicht war's verhungernd oder so. Oder halt natürlich in Todesgeschworben oder so. War zu alt. Ja. So, willst du jetzt was essen? Will dich mit einem Weißen hier? Du sitzt mit einem Weißen. Wo hättest du? Er will nicht essen. Ja, weil da... Jetzt hat er schon gegessen, jetzt sind wir irgendwie da nicht. Weil er seit so kurzer Zeit, äh... Jetzt hab ich keine Karotten mehr, kacke. Das Schwein ist abgehauen. Aber sie haben, äh... Guck mal, sie haben ein kleines schwarz-weißes Kaninchen gemacht. Ja, er war auch mal ein schwarz-weißes Baby. Er ist ja immer noch schwarz-weiß, aber... Er hieß schon aus erster Zucht, weißt du? Ich find das süß. Ich auch, weil ich hab jetzt keine Mörren mehr. Mörren. Mörren auf dem Weg. Soll ich dir neue holen gehen? Bei 17 Minuten... Hier ist ein Hasen im Haus, ha, lustig. Hi. Ein Hasen-Haus, ha, ha. Okay, aber ich denke, dann sollten wir auch Schluss machen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft. Ja. Tschüss. Tschüss. Oh, der hat uns. Wo? Er rastet voll aus. Oh, mein Beischer ist abgehauen. Nein. Was? Nein, der ist doch hier noch. Ist der drinnen? Ja, ne. Bei mir ist er auf der anderen Seite vom Zaun. Nein, siehst du den? Flüchtlinge. Äh, Flüchtlinge. Hä, was ist das für ein Wort? Komm zurück. Auch ein interessantes Wort. Flüchtlinge. Nicht der kleine von. Einer, los. Neuuun. Sie wollen alle die Freiheit. Rein mit dir. Ja. So, Nummer eins ist drin. So, beide drin. Mach zu. Oh, guck mich nicht mal an. Oh, guck mich nicht mal an. Ja, von wegen warum. Und jetzt hüpft er nach vorne und hüpft nach vorne. So sah's beim Beischen grad auch aus. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Tschüss. 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 Tschüss.